herzlich willkommen zu einem neuen video mit broker IQ option ich handel 60 sekunden zwei minuten mein start trade beträgt hier 2000 us-dollar als nächstes suche ich meinen passenden trade nach meinen einstiegskriterien Metatrader 5 unter berücksichtigung meine indikatoren Metatrader 5 und der tagesnews US-Dollar Yen sieht ganz gut aus allerdings müsste der Kurs noch etwas steigen ok ich gehe rein gegebenenfalls noch mal falls dieser trade verloren gehen sollte ich gehe rein muss ich leider noch mal rein dann mal nach meiner Strategie sitzt spätestens der dritte Trade den habe ich so gut wie gewonnen im Markt ist um die Mittagszeit aktuell relativ ruhig sehr schön ich hoffe, dass ich noch schnell einen Einstieg finde US-Dollar-Yen geht noch mal hoch da könnte ich vielleicht noch mal einsteigen aber er müsste noch weiter steigen das reicht nicht das reicht nicht das ist das ist das ist Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sollte jetzt nichts mehr anbrennen. Besser geht es nicht. Super. Bis zum nächsten Mal.